Ich glaube, wir haben einfach ganz gut alle Aspekte im Blick gehabt und so ein System und eine Strategie gefunden, wo wir eigentlich alle Aspekte gleichermaßen mitnehmen. Eigentumsverhältnisse, die Bedürfnisse der Bewohner, was die Wohnungswirtschaft möchte, gleichzeitig aber auch ein starkes Bild kreiert und dadurch einfach einen Beitrag geleistet, der in sehr, sehr vielen Bereichen einfach Mehrwerte bietet.